...zu erweitern. Kannst du mir helfen, ihn zu beruhigen? Glaubst du, du könntest ihn aufhalten? Ich schaffe es nämlich nicht. Ganz ruhig, mein Freund. Ich glaube, du hast etwas zu dir genommen, das dir nicht gut bekommen ist. Heute wird meine Saga geschrieben. Ruhm! Oh, ein holder Hengst hat mich aufgelesen. Los, zu meiner treuen Gefährtin! Wenn ich ihn nicht aufhalte, tut es jemand mit weniger Verständnis. Ich sollte bei ihm bleiben, bis er müde wird. Ich spüre meine Lippen nicht. Meine Nase auch nicht. Warum sticht die Sonne so? Dieser Sieg wird Teil meiner wachsenden Saga! Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Komm und kämpfe mit mir! Auch du sollst Teil meiner Legende werden! Deine Ecke etwa? Hm, großartig. Wenn du so weitermachst, wirst du dich noch umbringen. Hast du mich verstanden? Ah! Laut und deutlich! Jetzt tritt zur Seite! Ich muss mein Schicksal erfüllen! Ah! Muss ich dich persönlich zurückschleppen, ja? Jeska, wo bist du? Ich muss wieder zu dir zurückfinden. Ich glaube, ich kann nicht mehr laufen. Ja? Scheint so. Ein Moment. Mich überkommt plötzlich eine Welle von... Müde. Ich bin müde. Meine Saga ist vollendet und wird von allen beneidet werden, die vor uns kamen und die nach uns kommen. Oh, wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte. Niemand kann meinem ewigen Vermächtnis widerstehen. Wie ein weiser Mann eins sagte, mir zu trotzen, ist wie gegen den Wind zu pissen. Oh, wenn meine Mutter mich jetzt sehen könnte. Dein Skald. Götter! Ist er tot? Nein, aber er sollte es sein. Anscheinend wollten die Götter ihn nicht. Spritz ihm Wasser ins Gesicht und halte Abstand. Er wird sich übergeben und es wird nicht schön. Danke für den Rat und für deine Mühen. Jetzt ist er wieder mein Problem.